Er kommt jetzt! Er kommt! Er kommt! Moment! Moin, Lotto! Und herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Liebe Freunde, ich fühl mich ein bisschen einsam. Ich würde eigentlich gerne Minecraft spielen mit jemandem, aber ich hab grad irgendwie keinen. Ach, bin ich hier alleine bei Minecraft und alleine auf dem GOMA HD Server und... Äh, Moment, wo gehen wir denn? Hier, Community. Äh, da können wir mal reingehen. Da können wir nämlich auch andere Leute treffen. Ah, so viele Leute. Aber hier ist gar keiner, mit dem ich zusammen spielen kann. Leer! Es ist komplett leer hier. Aber ich würde so gerne Minecraft spielen und deshalb guck ich mal, ob ich jemanden heute finde. Und ich dachte, wo kann man besser gucken, als da, wo eh viele Leute sind, die Minecraft spielen. Und die vielleicht auch nichts besseres gerade zu tun haben. Nämlich auf Twitch. Wir haben uns ja schon mehrmals Leute angeguckt, die null Zuschauer haben, während sie streamen. Und vielleicht kriege ich einen von denen dazu, mit mir zusammen Minecraft zu spielen. Ich mein, come on, ob ihr jetzt woanders spielt oder hier ist doch egal. Und deshalb sind wir jetzt hier gerade auf Twitch und ich hab schon mal ein bisschen sortiert Minecraft Deutsch, die wenigsten zuerst. Guck mal hier, MMM Minecraft Mario Party. Ein Zuschauer. Vielleicht ist das unser Kandidat. Denn ich möchte jemanden auf jeden Fall mit Facecam, damit ich auch sehe, wie der aussieht. Ja, okay, ähm, also abgesehen davon, dass er acht Jahre alt ist, hat er ja gerade Copyright-geschützte Musik. Also eher nicht. Schade, das wäre deine Chance gewesen. Wir bauen unsere Skybase weiter. Ja. Ah, er hat auch so scheiß Musik drin. Naja, ich hoffe, man hört die nicht so sehr und YouTube sagt, okay, also erst mal Moin. Ich hab, glaube ich, auch fast 500 Stunden in Gmod zum Beispiel. Stimmt, wir wollten nochmal alle TTT zusammen spielen. Ja, du wolltest vor allen Dingen mit mir zusammen spielen. Ich hab nur Klengarne, Moin, was geht? Alter, du innerst mich voll an den YouTuber-Name. Yes! Klengarne? Yes! Yes! Come on! Wie hieß der denn nochmal? Wie hieß der wohl? Ich weiß es nicht genau. Ich suche jemanden zum Minecraft. Ja, Moin, ist sogar Klengarne. Ja, Moin. Willst du mit mir mitspielen? Boah, das wäre natürlich schon krass, wenn jetzt der Erste direkt kommen würde. Ja, Moin, ist einfach der Richtige wahrscheinlich. Ich suche jemanden zum Minecraft-Spielen, willst du mit mir mitspielen? Ja! Meinst du jetzt Skyblock oder was? Ich bin auf dem GOMM-HD-Server. Du hast 500k auf YouTube, wenn du das bist, Junge. Wollen wir da zu zusammen Minecraft spielen? Ja, wenn du Skyblock mitspielen möchtest, warum nicht? Oder wir können auch andere Sachen spielen. Nee, ja, komm! Ich bin auf dem GOMM-HD-Server, wollen wir da zusammen Minecraft spielen? Wir können zusammen... Was möchtest du denn auf dem GOMM-Server spielen? Zusammen klängern. Scheiße, ja, so weit habe ich noch nicht überlegt. Ich wusste nicht, dass tatsächlich einer kommt. Ich chill eigentlich nur in der Community, aber da ist alleine voll LW. Krass, wie schnell ging das denn jetzt? Und ich dachte, ich muss hier irgendwie stundenlang suchen. Nee. Also offensichtlich ist es gar nicht so schwer. Ich chill nur in der GOMM-Community. Ich weiß es nicht dazu, denn er hat auch 24k auf Twitch. Deswegen denke ich mal, dass es der Rele ist. Es wird gemutmaßt, dass ich nicht der Echte bin. Aber willst du nicht irgendwas spielen, so wie, keine Ahnung, Skybox oder so? Ich kann gerne mal vorbeikommen. Komm, Leute, wir gehen mal auf die GOMM-Community. Hast du denn einen TS oder so? Er kommt jetzt! Er kommt! Er kommt! Moment! Jungen, das ist sogar der Rele, Alter. Yes! Yes! Hast du denn einen TS oder so? Ich habe Discord, ja, Ausdrufezeichen Discord. Moment! So, ich versuche jetzt gerade, den Discord zu joinen. So, ich bin jetzt auf dem Discord-Server drauf, aber er muss mich, glaube ich, noch moven. Hallo? Hallo? Ah, ich höre nichts, scheiße. Hallo? Das gibt es doch nicht. Ich war auf dem Server drauf, aber ich höre ihn nicht. Das kann doch nicht so schwer sein. So, ich glaube, man sieht ihn jetzt auch erstmal besser. So, ich versuche ihn jetzt mal zu adden. Aber wenn das wirklich funktionieren würde. So, Freundschaftsanfrage ist versendet. Mal gucken. Ich habe ihn jetzt bei Discord mal angefragt. Jetzt spielt er Jump'n'Run. Come on, ich habe dir eine Anfrage geschickt. Ja, ich nehme ihn gleich an. Yes! Wir schauen, ob ich das Jump'n'Run vielleicht flawless durchschaffe. Okay, er hat angenommen. Ich rufe ihn jetzt mal an. Mal gucken. Wenn du willst. Guten Tag! Ah, jetzt hört man dich. Yes! Sehr gut! Ich freue mich. Vielen Dank, dass du drangegangen bist und dass du mich geädert hast. Kein Problem. Wie geht's dir? Alles cool soweit. Und bei dir? Bei mir ist auch alles cool. Bisschen Streaming. Sehr gut. Ich nehme parallel ein Video dazu auf und ich habe versucht, jemanden zu finden, der mit mir Minecraft spielt, wenn ich ihn auf Twitch danach frage. Okay. Und du bist der Erste. Also, du warst der Erste, bei dem ich in den Chat gegangen bin und du warst der Erste, der Ja gesagt hat. Perfekt! Also, hast du Bock, eine Runde Minecraft zusammenzuspielen? Wir können gerne eine Runde Minecraft zusammen spielen, ja. Sehr gut. So, wie finde ich dich denn jetzt? Ich bin hier irgendwo in der Community. Ich bin direkt hinter dir quasi. Warte mal. Wo bist du? Hier, best thing ever. Ah, okay. Kann ich dir irgendwie eine Anfrage schicken? Wahrscheinlich. Ich habe dir eine Anfrage geschickt tatsächlich. Da. Jetzt müsste ich dich angenommen haben, ne? Ja. Was möchtest du denn spielen? Survival Games einfach. Okay. Ich lade dich meine Party ein. Ja. Ja und sonst so? Was geht sonst so bei dir? Bei mir jetzt den Letzter nicht. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich noch nicht arbeiten muss. Sehr gut. Ich bin übrigens ultra schlecht da drin. Also wenn du mir irgendwelche Tipps geben kannst, gerne. Oh, es wird gerade keinen Survival Games auf Gomme gesucht. Sky Wars wird am meisten noch gespielt. Wir können auch Sky Wars spielen. Okay, dann such mal eine Runde raus. Hier, die hier. Sieht gut aus. Und wie bist du auf die Idee gekommen selbst? Oder? Ja, ich wollte einfach Minecraft spielen und war alleine. Und dann dachte ich, frage ich einfach mal Leute, die eh dort spielen, ne? Also vielleicht als Tipp an alle, die ebenfalls mal irgendwie Minecraft spielen wollen mit irgendwem. Auch für dich. Also ich bin ultra scheiße, aber ich gebe mein Bestes. Das ist gut. So. Ich gebe auch mein Bestes. Er wird zur Zeit lang auch kein Minecraft mehr gespielt, deswegen. Äh, was müssen wir da machen eigentlich? Genau. Die Kisten looten, die auf der Insel hier sind. Und dann die Gegner, die auch auf den anderen jeweiligen Inseln sind, rübergehen und die dann quasi töten. Ah, okay. Ich kann dir ein paar Sachen geben. Ja, warte, ich habe auch hier Schuhe und Schwert. Ach guck mal. Sind das alles die gleichen oder sollte ich gucken, was irgendwie besser ist? Ja, also es gibt Rüstungen von schlecht nach gut. Leder, Gold, Ketten, Eisen, Diamant. Ja. So weit, so weit kriege ich das noch hin. So, ich habe auch Blöcke, also wir können uns rüber bauen irgendwie. Warte, ich mach dir mal eben eine schnell bessere Chestplate. Ja, sehr gerne. Sind die Maps immer gleich? Also muss ich irgendwie... Ja, es gibt verschiedene Maps. Okay. Also das ist jetzt eine Map von... Ich weiß gar nicht, warum ich denke, wir kommen jetzt so 25, 30 Maps da jetzt. Ey, danke Gomme für die ganzen Maps auf jeden Fall. So, wo gehen wir denn hin? Warum nicht mal rüber? Ich baue mich dann nach rechts rüber. Da waren die ersten Gegner. Okay. Ich komme... Soll ich mal mitkommen? Ja, komm mal mit. Und töten die mal. Okay. Soll ich einfach drauf hauen oder? Ja, einfach töten am besten. Der ist ins Haus rein. Äh... Das bist du, ne? Eieieiei. Eieiei. Ah, warte, hier lag ein Spitzhacke. Äh, vielleicht kann ich die nehmen. So, und... Alles gut bei dir? Ja, noch ist alles gut. Okay, warte. Das bist... Oh. Oh fuck. Oh Gott, ich bin fast tot. Nein! Nein! Scheiße, ich bin runtergefallen. Ich bin auch tot. Scheiße. Haben wir verloren? Ja, das lief ja... Ja, das lief nicht so gut. Oh Gott. Wie scheiße war das denn jetzt? Ah! Wir gehen mal doch schnell in eine rein. Ja, eine machen wir doch. Auf jeden Fall. Okay. Die lief nicht so gut. Ah! Aber der hat auch uns irgendwie komplett auseinander genommen, ne? Ich dachte, die ganze Zeit wir spielen Bad Wars und wollte jetzt erstmal hier irgendwie so Blöcke farmen, aber... Soll ich die Sky Boys nochmal ein bisschen nebenbei erklären? Also das Prinzip geht wahrscheinlich nicht groß weiter darüber hinaus, oder? Nee. Ja, okay. Also guck mal, hier habe ich doch schon bessere Sachen. Ich glaube, ich muss auch mehr mit Trinken und so arbeiten. So. Ich glaube, das waren hier alle Kisten. Ich fahr mal direkt rüber. Ja. Ich hätte auch gerne mal so einen Bogen oder so, dann könnte ich vielleicht irgendwen... Einen Bogen bekommst du leider nur durch einen Kit. Es gibt wesentlich viele Kits auf Comment, die halt sehr viele Coins kosten, ne? Ah, okay. Boah, ich hab... Uiuiui. Also ich lauf dir einfach mal hinterher, ne? Ja, wir gehen mal zu dem da rüber. So. Da musst du ja aufpassen. Vielleicht hat er Schneebälle oder so. Äh, was habe ich denn hier? Splash Potion of Poison. Ja! Ah! Pass auf, ich lauf mal die Dinge lang und ich wirf ne Enderpelle hinterhin. Oh fuck. Ah, jetzt steckt sich nach oben. Achtung, geht Schneebälle hinter dir. Ah! 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 Oh nein. Kacke! Kacke! Ich hab den. Aber zweieinhalb Leben nur. Äh, hat er ja noch. Er hat den getötet jetzt. Warte mal, ich kann dich doch sehen. Irgendwo bist du doch. Ja, du kannst auf den Kompass und dann rechtsklick. Ähm, da. Ja, okay, okay. Nice! Jetzt wird's eng. Ich glaube, jetzt wird's eng. Ja, wird nichts. Nein! Schade, ey. Ja, best of three, würde ich sagen. Ja, let's go. Eine Runde, bis wir gewinnen. Ja, auch. Ich war tatsächlich, weil ich so schlecht in dem Modus. Ja, ich, ich schon. Ey, wenigstens mal einen Kill irgendwie machen. Aber du hast einen kaputt gemacht, ne? Wie lange spielst du? Ja, ich hab einen getötet, den du fast tot gemacht hast tatsächlich. Ja, sehr gut, sehr gut. Wie lange du schon Minecraft jetzt quasi spielst? Ob du das jetzt neu angefangen hast, oder? Nee, ich hab ja also seit 2012 oder so. Ja, okay. Also eigentlich schon, ja. Zwei Jahre, nachdem es rauskommt, also. Ja, ich glaube sogar, äh, sogar noch weiter vorher. Ich hab Diamantschuhe und Diamantschwert. Oh, das ist gut. Guck mal, ich hab hier noch einen Helm für dich. Ja. Sonst, äh, willst du das Diamantschwert vielleicht nehmen, weil du kannst vielleicht ein bisschen mehr damit machen. Können wir tauschen, ja. Gehen wir wieder nach links, würde ich sagen. Die sehen nicht so gut equipped aus, also da müsste ein Kill drin sein. Guck mal hier absichern. Ja, ich hab leider nichts zum Werfen, aber... Achtung. Nein! Dass ich jetzt das Wasser hin gemacht hab. Ich hab extra schon Wasser platziert. Ah, sehr gut, sehr gut. Ich hab Lava noch, aber das bringt wahrscheinlich nicht so viel, ne? Hm, ja, du kannst halt die Lava unter den Plätzen nach einer Zeit. Ah. 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 Die werden damit nicht aufhören. Ja, dann... Ah, du bist noch da, ne? Ich kann ja, ich kann maybe unten an der Insel lang bauen. Ja, oder wir gehen irgendwie rechts rum. Aua, aua! Die kommen jetzt, die kommen jetzt. Oh. Oh, von hinten, ne? Das war jetzt, äh, gut, du bist von hinten gepusht. Mir hast du nicht mitbekommen. What? Mein Spiel hat gehakt. Vielleicht soll ich, äh, einfach nicht gewinnen. Okay, einer ist runtergefallen. Interessant. Ja, ich wurde so weggeboxt. Oh, Mann. Das kann doch nicht sein. Können wir noch eine? Wir können auch noch eine machen, ja. Ich nehm mal ein anderes Kit. Ach, man kann auch... Man kann auch... Man kann auch Kits nehmen. Ja, du kannst auf die Kiste... Ah. Dann kannst du sehen, was du gekauft hast und was nicht. Ähm, was nehm ich denn? Ja, ich nehm das. Hab ich das jetzt schon? Kit auswählen. Aha. Äh, da. Ah. Ah. Ist hier noch irgendwie was auf dieser kleinen Insel, oder? Schau mal ganz kurz hinter. Das ist natürlich auch noch ne Kiste. Wir haben ne Ender-Perle bekommen. Nice. Diamant noch. Ja, gönn dir einfach, ne? Also ich kann, glaub ich... Ach, du weißt, das Tank ist... Oh! Ich bin runtergefallen. Warte, warte, warte! Schutzzeit! Aber Schutz... Lebe ich noch? Ne. Ah! Ja, ich bin, äh, leider gestorben. Ah! Scheiße! Das gibt's doch nicht! Naja, also vielleicht ist es einfach nicht mein Spielmodus. Es war mir auf jeden Fall eine sehr große Freude. Vielen Dank! Und ich hoffe, dass du jetzt... Ich würde gerne. Dass du jetzt ohne mich besser spielen wirst als mit dir. Aber dann viel Spaß noch, viel Erfolg und... Dankeschön. Dankeschön. Schönen Tag! Dir auch, ja. Mach's gut! Ciao! Ja, Freunde. Ich würde sagen, spieltechnisch nicht. Aber ansonsten war unser Experiment auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich. Vielen Dank nochmal an den Kollegen. Checkt ihn gerne mal aus. Link zu seinem Kanal unten in der Videobeschreibung. Und ich würde schon sagen, dass er besser spielen kann als ich. Falls ihr also Freunde sucht, macht's einfach so. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Das war's von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich geh jetzt noch Minecraft spielen, ne? Tschüss!